Es ist soweit die Auflösung des Gewinnspiels. Wer hat denn gewonnen? Alle hier drin? Nicht viele? Aber es sind ein paar. Was gibt es zu gewinnen? Zu gewinnen gibt es diese tollen Modellflugzeug, Hubschrauber, Dinger die nicht wirklich steuerbar sind. Ja diese tollen Dinger gibt es zu gewinnen. Wollen wir doch mal direkt zur Tat schreiten. Ich ziehe erst mal das erste Mal gucken was passiert. So hier haben wir. Ich glaube das könnt ihr nicht lesen. Uncut Reviews hat einen gewonnen. Dann den nächsten. Wir machen das mal ganz schnell. Ganz kurzes Video heute. Aber verdammt viel Aufwand. So der nächste. Selina. Ich weiß nicht ob man das lesen kann. Ist auch egal. So einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Spannung steigt. Wir machen das immer anders. Ich versuch's mal. Nämlich zwei. Einer. Einer ist aufwandfläche wie Milben. Und das ist Trommelwirbel. Danilo Engel. Super. Wir haben drei Gewinner. Uncut Reviews sind Danilo Engel und Selina. Die ersten beiden haben nicht geschrieben wen wir haben wollen. Ja. Danilo kriegt den Mega Man. Danilo kriegt den Mega Man. Wups. Wir legen jetzt beide hier hin. Und... Oh das passt. Der da drauf. So. Selina darf sich über den schwarzen freuen. Uncut Reviews. Ich will ein Review über das Teil sehen. Ja. Er bekommt Mega Man. Herzlichen Glückwunsch. Bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Have fun. Auf. Baus. Baus. Da. schön.